Yeah, was geht ab Deutschland? Alles klar bei euch da draußen? Heute ist Oroverde-Time. Passt auf, was wir auf die Bühne gebracht haben. Wir haben Besuch aus Köln. Wir haben Besuch aus Born. Das sind zwei Schulen, die wir zusammengebracht haben für ein gutes Projekt. Also schaut euch einfach an, was wir draus gemacht haben. Jetzt noch no fresh, aber noch so fresh. Peace! Jede Sekunde wird der Regenwald zerstört. Deshalb bin ich jetzt entfernt. Ihr holzt ohne Reue im Regenwald ab. Deshalb ist er schon fast auf jedem Kontinent platt. Ihr zerstört die Heimat der Tiere. Warum hilft ihr nicht? Ihr setzt euch doch über Ziele. Und die armen Tiere und die armen Tiere... Ihr zerstört die Heimat der Tiere. Warum hilft ihr nicht? Ihr setzt euch doch immer Ziele. Und die armen Tiere... Der Regenwald ist das Wichtigste auf der Welt. Doch bei euch geht es nur um Geld. Jedes Sekunde wird der Regenwald zerstört. Wichtigste! Und die armen Tiere... Musik Ja 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 Komm, Applaus für die Hachenburg! Assis, ich bin, oh Gott, ich krieg selber Gänsehaut und ich spür dich, Bruder, ohne Scheiß. Das finde ich gerade klasse. Hier passiert gerade was ganz, ganz Schönes, Leute. Der Assis ist von der Hachenburg-Schule in Köln. Und wir waren wie viel Rapper am Anfang? Neun. Neun, neun Rappern. Und es ist der einzigste Rapper von neun, der noch da ist. Weil manche nicht mehr gekommen sind, manche haben es nicht durchgehalten. Und bitte, Junge, einen ganz dicken Applaus, der hat Eier. Assis, bitteschön, wir warten auf dich. Hallo, ich bin der Assis aus der Hachenburger Schule in Köln. Ich werde euch jetzt den Akrapeda vortragen. Der Regenwald ist das Wichtigste auf der Welt. Doch ihr interessiert euch nur fürs Geld. Deshalb schreibe ich diesen Track. Denn mit diesem Track bin ich wieder back. Jedes Sekunde wird der Regenwald zerstört. Deswegen bin ich jetzt empört. Ihr holzt illegal, ohne Reuden, Regenwald ab. Deshalb ist er schon fast auf jedem Kontinent platt. Ihr zerstört einfach die Heimat der Tiere. Warum hilft ihr nicht? Ihr setzt euch doch immer Ziele. Die Tiere sind wehrlos. Sie lassen euch kommen und gehen. Doch im Inneren fängt die sie an zu quälen. Und die armen Tiere müssen darunter leiden. Deshalb fangen sie innerlich an zu weinen. Und eure Werte setze ich dafür ein. Ich hoffe, ihr lasst es in Zukunft sein. Applaus für euch ist gut. Dankeschön. Applaus für euch ist gut. Applaus für euch ist gut.